Gehen los, Leute! Mittagsfrau ist vorbei! Saga, pack doch mal deinen Mord weg! Schanina, fünf Minuten? Nee, jetzt! Wir haben ihn in einem Schöpfelstift geschlagen! Ja, komm! Äh, Peter, was soll das denn? Sie gerettet weg! Jan, aufstehen, aber den Bagger! Wollen wir mal ehrlich werden? Du kommst, Jungs, komm uns zusammen jetzt! Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das! Wir sehen, wir machen das!